Herzlich Willkommen auf unserem Messestand der Klassik. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen aus Norddeutschland mit 120 Tankstellen in elf Bundesländern vertreten und einem deutschlandweit und international ausgerichteten Schmierstoffvertrieb. Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen und wir freuen uns dieses Jahr unser 135-jähriges Jubiläum zu feiern. Mit Klassik sind wir dieses Jahr das erste Mal hier in Münster auf der Messe vertreten, um unseren Tankstellenpartnern einen willkommenen Anlaufpunkt zu geben. Klassik ist eine Tankstellengesellschaft, die sich sehr stark um Tankstellenpartnerschaften bemüht und dieses Konzept mit vielen Freiheiten ausgestattet hier gerne dann auch dem Publikum präsentieren möchte. Klassik ist nicht nur partnerschaftliches Unternehmen, sondern auch Innovator im Bereich der IT. Sie sehen hinter mir eines unserer Produkte, welches wir auf der Messe hier präsentieren. Wir freuen uns weiterhin auf rege Gespräche und gute Kontakte hier auf der Messe in Münster. Ja, ScreenMove ist von uns eine entwickelte Softwarelösung, die es ermöglicht, auf verschiedene Displays wie Säulen oder auch Displays in den Shops Werbung und Kundeninformationen darzustellen. Die Besonderheit an ScreenMove ist, dass es eben halt über Internet zentral läuft, wie auch, dass man einen Splitscreen hat im Shop beispielsweise, auch wechselweise mit Fullbild. Es bleibt auf der einen Seite nach Wunsch feste Werbung stehen, wie Waschpreise und auf der anderen Seite haben wir die Möglichkeit, wechselnde Werbungen einzublenden, wie beispielsweise unser Energy Drink hier oder auch Plätze, die wir vermarkten. Auch mit Klassik Schmierstoff sind wir hier in Münster auf der Messe vertreten. Wir sind ein Vollsortimenter, das heißt, wir bieten Schmierstoffe für den Industriebereich, für den PKW-Bereich. Hier in Münster jedoch stellen wir unsere neue Produktreihe Klassik Adrenalin, ein Schmierstoff für die Motorräder vor. Die Schmierstoffe für den Motorradbereich sind breit aufgestellt, das heißt, wir können ein breites Spektrum abdecken. Für jeden Anwendungsfall haben wir das richtige Öl oder das richtige Pflegemittel, wie wir das hier sehen. Zum Beispiel haben wir hier unseren Klassik Motorcycle Cleaner, ein speziell entwickeltes Produkt, mit dem Sie Ihr Motorrad nach dem Einsatz wieder wunderbar herrichten können. Für die Pflege der Motorradkette haben wir zwei Produkte entwickelt, das heißt, wir können den Offroad-Bereich optimal abdecken, sowie den Onroad-Bereich, indem die Anforderungen an die Pflegemittel stark differenziert sind, so dass wir hier die optimale Lösung für unseren Kunden bereithalten. Falls wir Ihr Interesse an einer Zusammenarbeit geweckt haben, sprechen Sie uns gerne an oder schauen Sie unter Facebook Klassik Tankstellen und Schmierstoff oder auf unserer Homepage Klassik-Eul.de. Danke!